Äh, so. Jetzt wo wir schon mal hier sind, dann können wir natürlich noch mal gucken, was wir dir jetzt also andrehen können. Wie wär's denn mit so einer total tollen, ähm, Hemd-Shorts-Kombi? Weiß ich nicht genau. Eventuell magst du's, eventuell aber auch nicht. Hat relativ wenig Schwarz, ne? Boah, das gefällt ihm ziemlich gut. Er ist, mein Gott. Er hat noch nie so was Schönes in seinem Leben vorher getragen. Ich fürchte aber, ich hab dem richtigen Johannes jetzt an der Stelle keinen Gefallen getan. Na gut, egal. Ähm, der CD, Drachen, Fußball. Ne, ich glaube, ich sollte ihm so ein Kram schenken. Was, du, das? Ich hoffe es. Ich schenke dir einfach mal einen Hund. Hier, bitte. Ist ja nur für, falls du mal Lust drauf hast. Jo, gut, okay. Hm, hm, hm. Mittlerweile hat er auch ziemlich viele Freunde. Finde ich gut. Und Johannes wird dann für den Moment, glaube ich, erstmal so ein bisschen besänftigt. Und er freut sich an seinem kleinen Wutzi-Putzi-Putzi-Putzi. Das ist irgendwie süß. So, Lea ist hier. Frisch aus dem Weltraum zurückgekehrt. Ich bin Lea. Und ich liebe Party. Yay. Ich glaube, Lea möchte irgendjemanden kennenlernen. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Ganon. Was hältst du von ihm und mir? Tja, äh, hau rein. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Ja, also musst du direkt mal zu ihm hingehen und ihm sagen, Ganon, du bist ein toller Typ. In der Verwaltung kannst du auch einen Umzug innerhalb des Gebäudes verlangen. Ja, das stimmt. Aber das wäre noch unübersichtlicher, wenn ich die ganzen Leute jetzt noch untereinander umziehen lassen würde. Da würde ich irgendwann komplett die Krise bekommen. Deswegen nehme ich von der Idee momentan eher so ein ganz kleines bisschen Abstand. Ich hoffe, das kann man nachvollziehen. Das fand sie echt lecker. Hat noch nie in ihrem Leben eine Frikadelle gegessen. Das Beste, was sie jemals bekommen hat. Glaube ich. Denke ich. Irgendwie so. Okay. So eine kleine Limonade zum Unterherspülen. Und dann müssen wir uns mal überlegen, was wir hier mit deinem Zimmer machen, Lea. Wäre natürlich cool, wenn wir irgendwas total abgespacedes hier reinsetzen könnten. Aber ich fürchte, naja, das Kino-Dingens könnten wir eigentlich auch ihr geben. Weil wenn ich irgendwas mit Star Wars verbinde, dann natürlich auch die große Leinwand. Von daher, probieren wir es doch einfach mal aus. Danke für die neue Einrichtung. Hat eine Menge Stil. Denke ich mir auch so. Übrigens, willst du dich vielleicht noch etwas umschauen? Ja, klar. Boah, da läuft genau der richtige Film auch noch. Hier. Boah. Kampfstern Galactica. Star Wars gedöhnt Stingens hier. Pui, pui, pui. Kapui, kapui. Das ist der Wahnsinn. So, und wo schläft sie dann ab sofort? Immer direkt vor der großen Leinwand, ja? Und links und rechts sind dann noch so Zuschauerringe, wo man sich theoretisch hinsetzen könnte. Da hat mir jemand ein bisschen Popcorn irgendwie so. Eine neue Einrichtung zu bekommen ist so aufregend. So aufregend. Ähm, ja. Ein bisschen Popcorn, was da rumliegt und so, indem sie sich immer bedienen kann. Sie wird niemals verhungern. Ich werde pfleglich damit umgehen. So passt das. Gut. Lea freut sich. Ich freue mich für Lea. Und ich gebe Lea jetzt noch was. Was, ähm, ja. Mit was beschäftigt sich die gute Lea denn am liebsten? Ich würde ja mal sagen, dass sie irgendwie auch total gerne... Ich weiß nicht. Ja, was hat man damals im Weltall so gemacht? Lea Skywalker. Sie ist doch mehr so eine... Ähm... Rebellin. Irgendwie, ähm... Ich glaube, sie betätigt sich gerne sportlich. Deswegen schenken wir ihr auch mal einen Tennisschläger. Ich würde ja so gerne mal sehen, wie die zusammen Tennis miteinander spielen. Hatten wir bisher leider auch noch nicht. Aber gut. So. Wollen wir dir noch irgendwas anderes schenken? Wie zum Beispiel was Schönes zum Anziehen oder so? Das Leoparden-Sweatshirt. Das ich übrigens nicht gedacht hätte, dass es ausgerechnet für Frauen ist. Aber okay. Strickjacke-Rockkombi. Irgendjemand hat mir gesagt, das soll total alte Oma-mäßig aussehen. Finde ich interessant. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber je länger ich es angucke, desto mehr kann ich es nachvollziehen. Hm. Oder eher so eine süße kleine Tropenkleidung. Ich meine, Lea... kann sie ja quasi gesehen hier auch wie im Urlaub fühlen, oder? Deswegen... Deswegen geben wir ihr einfach mal so eine Tropenkleidung. Das passt schon. Besser als das, womit sie momentan herumläuft, denke ich mir zumindest immer so. Es gefällt ihr total gut. Also wenn sie jetzt mal nicht stylisch ausgerüstet ist, dann weiß ich auch nicht. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Das wäre doch nicht nötig gewesen, Lea. Hypnose-Set. Okay, wäre wirklich nicht nötig gewesen. Na gut. So, dann noch viel Spaß in deinem Kino. Lea ist auf dem Aussichtsturm. Ja, wie jetzt? Und der Film? Na gut, es wird immer dieselbe Szene gezeigt. Ich glaube, das ist ein bisschen... Hat was von Space Invaders. Aber... Selbst Space Invaders hatte mehr... mehr Handlung. Gut. Lassen wir das. Irgendwie finde ich das beängstigend, wenn Ghostface so durch die Gegend rumstulziert. Dupi-dupi-dupi-dupi-dupi-dupi-dupi. Finde ich sehr beängstigend. Gut, nee. Robbe ist hier. Ja. Robbe. Roberto. Robert. Robert. Äh. Mein Name ist Robbe. Ich liebe jede Herausforderung. Jo, hi. Und so. Ich wäre so gern mit Michael befreundet. Oh. Ja, dann stelle ich dich doch mal vor. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Über Musik oder so. Ich weiß es nicht genau. Nee, über irgendwas Lustiges. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Ich glaube, Michael ist sehr unkompliziert. Gerade wenn es darum geht, Kinder kennenzulernen. Robbe ist ja auch nicht so alt. Passt schon. Übrigens, Entschuldigung. Ich bin jetzt gerade gegen das Mikro gekommen. Auf eine gewisse andere Art und Weise nicht Entschuldigung. Weil, äh... Ist irgendjemandem aufgefallen? Äh, hoffentlich zumindest. Die Soundqualität dieser Videos müsste jetzt wieder einigermaßen besser sein. Zum einen habe ich das mit meinem Grabber hinbekommen. Zum anderen benutze ich ja ab sofort für meine LP-Aufnahmen... Okay, konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Für meine LP-Aufnahmen benutze ich ein neues Mikro. Von daher hoffe ich mal, dass es so einigermaßen okay ist. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Magenmittel. Okay, danke. An freien Tagen stehe ich gerne früh auf. Sonst wäre es schade um die Zeit. Aha. Gut. Wenn du gerne früh aufstehst... Dann, äh... Dann ist das halt so. Ich bin in letzter Zeit wieder zum Langschläfer montiert. Das ist so schlimm. Leider auch am Wochenende. Und man merkt es irgendwie schon, wenn man irgendwie bis mittags pennt oder so. Lust auf einstehen. Das ist so... Hm. Auf der einen Seite zwar schön, aber auf der anderen Seite mega anstrengend. Ich weiß auch nicht. Ich kann es nicht so richtig genießen. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Warum fragst du mich sowas? Kirgefried und Zitrone tragen im Moment das gleiche Outfit. Das kann gut sein. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Ja, dachte ich mir. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Niklas und Ashen Smith sind Nachbarn. Nee, ich glaube nicht. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Ja, da war ein bisschen was dazwischen. Die letzte Aussage zu deinen Inselbewohnern. Lea und Maxi sind beide im Moment satt. Das sollte durchaus hinkommen. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Ich war ja gerade erst bei beiden. Glückwunsch. Momentan läuft es gut, was das Quiz angeht. Such dich. Eine Vuvuzela. Yay. Wir hören uns alle mit Freuden an die Weltmeisterschaft 2010. In diesem Jahr war es gar nicht so extrem Vuvuzela, oder? Ich hatte das hin und wieder mal in irgendwelchen Foren gelesen, dass diverse Nachbarn, diversen anderen Nachbarn damit auf den Keks gegangen sind oder so. Aber ansonsten... Ich selber kam eigentlich kaum oder gar nicht in Kontakt mit einer Vuvuzela. Worüber ich eigentlich sehr froh sein kann. Gut, ja, Klamotten oder technisch oder hier raumtechnisch muss ich mich glaube ich erstmal nicht um dich kümmern. Weil da hast du ja selber für dich vorgesorgt, sag ich mal. Robbe ist im Zimmer von Michael Jackson zu Besuch. Na, ob wir da stören wollen, weiß ich nicht. Das ist im Endeffekt auch. Na gut. So, äh... Ich wollte gerade sagen, vorhin hatten wir doch ein Problem. Der ist der Hering mal da und dann ist er mal wieder weg. Und dann denkt er wieder über sein Problem nach. Schön, dass du hier bist. Eben Bild von mir. Jo. Was ist los? Englische Küche. Das ist genau das, wonach mir jetzt der Sinn steht. Okay. Was ist denn englische Küche für dich? Ich habe keine Ahnung. Ja, was essen die Engländer dann? Fischen Chips. So ein Scheiß. Keine Ahnung. Ähm. Ich weiß, dass Engländer auch so ein komisches Puddinggedöns essen. Aber jetzt nicht Panna Cotta, oder? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe nichts anderes. Nimm hin und erfreu dich daran. Okay. Zumindest weiß ich jetzt, was ich niemals in meinem Leben essen sollte. Gut zu wissen. Das fand er absolut abscheulich. Bubidup. Äh. Ich finde es echt schön, wenn du mich besuchen kommst. Wenn ich nicht gerade versuche, dich zu vergiften, ne? Ja, ich glaube auch. Komm, äh. Darauf erstmal eine Frigadelle. Ich glaube, das könnte eindeutig mehr auf deiner... Ja, genau. Das fand er absolut lecker. Alles andere hätte mich auch gewundert. Gut. Hätten wir das Malheur von eben, also quasi gesehen, abgewendet. Und dann können wir uns jetzt stattdessen mal darum kümmern, dir eine wunderschöne Melone zu geben. Ich stehe auf die Farbe Blau so sehr. Das gefällt ihm schon ein wenig. Okay. Immerhin so ein bisschen. Dabadabadab. Gut. Und wollte ich dir auch nochmal ein neues... Joa. Hm. Ein neues Zuhause geben? Ich weiß nicht genau. Dieses Cartoon-Dingens. Ist das dasselbe, was Robbe hat? Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Hm. Übrigens, willst du dich vielleicht noch etwas umschauen? Ja, klar. Doch, es ist dasselbe, was auch Robbe hat. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Joa, ein bisschen abstrakt und so, ne? Aber irgendwie, es hat einen sehr urigen Charme. Kann man sich durchaus... Ich werde pfleglich damit umgehen. Kann man durchaus dem Hering mal geben. Und es sorgt auch dafür, dass der Hering einfach mal so ein neues Level erreicht. Okay, gut. Achso, ja. Neues Lied oder so? Was haben wir noch? Rap, Oper, Techno. Techno. Boom, 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 boom. Ne, ich will mir die Oper mal anhören. Eine Opern-Arie. Ach nein. Wir alle wissen, der Hering, der ist mehr so der Freund der, äh... Der ruhigen Momente, der... Des Genießens quasi gesehen. Deswegen... Ja, ja. Ich stelle mir das irgendwie... Sehr nett vor. Bin gespannt, worauf das Ganze noch hinauslaufen wird. So, was haben wir hier? Wir haben ein Problem bei Sidney. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Gut. Gut. Ich sage gleich noch was dazu. Zunächst einmal wundert es mich. Also, naja, gut. Ich weiß nicht, ich bin ja jetzt alles schon kennt hier. Danke. Jetzt ist der Schluck aufweg. War das ein einziges Problem? Ich glaube nicht, oder? Angeblich hat sich Louroua in mich verliebt. Was sagst du dazu? Wow. Das ist... Das ist nur ein Gerücht. Meinst du? Na gut. Vielleicht war das nur Wunschdenken von mir. Ja. Das Haus ist so groß. Da gibt es genug andere Frauen. Ich muss immer noch versuchen, irgendwie Lourou mit Schnubbi zu verkuppeln. Viele Träume habe ich, aber dafür leider nur sehr wenig Selbstvertrauen. Och, Quatsch. Ja, musst du auch einfach nur mal so ein bisschen hier eine Frikadelle essen. Dann ist das Leben viel besser. Ja. Ich bin nicht so ein... Also, ich habe nicht so ein Talent darin, mies zu verkuppeln, habe ich so den Eindruck. Das ist so... Auch hier in Tomodachi Live erlebe ich eigentlich nichts anderes als... Also, mal davon abgesehen, dass ich mich aus Kuppelei-Aktionen im richtigen Leben total raushalte. Aber es fällt mir ja schon schwer, irgendwie für mich selber irgendwas... Also, mich selber zu verkuppeln. Also, von daher... Das ist ja... Nee. Irgendwie... Das passt alles überhaupt nicht. Ich gebe dir mal einen Fußball. Keine Ahnung, ob du einen Fußball haben willst oder nicht, aber... Jetzt hast du einen. Gut. Ich glaube, er mag keinen Fußball, oder? Doch. Nee, doch. Ja, doch. Doch. Er mag Fußball. Ich kann mich da an gewisse Twitter-Sachen erinnern. Gut. Ähm. Hm, hm, hm. Ich mache irgendwas anderes, was ich dir unbedingt mal geben müsste. Möchte. Oder so. Wie wäre es denn mit so einem total tollen Reißstrohhut? Ich finde, den kann man ja durchaus mal anprobieren. Der rundet deine Gesichtsform nochmal zusätzlich ab. Hab ich so. Also, abrunden ist vielleicht der falsche Begriff, aber... Ihr wisst schon ungefähr, was ich meine. Gut. Ja. Nee. Äh. Ich bin ein Sieger. Ich bin ein Sieger. Ich bin ein Sieger. Gefühl bei Lu nach, wäre irgendwie besser. Ja.